So, ein schöner Schluck Kaffee noch. Boom. Keine Ahnung, was ich heute überhaupt erzählen will. Es ist auch eine kurze Folge, eine Solo-Folge vom Mittwoch. Ja, eigentlich Dienstag, aber heute ist doch schon Mittwoch. Ich bin noch ein bisschen weg gewesen. 28. Juli. Es gibt nicht zu viel zu erzählen. Wirklich nicht. Ich bin auch ein paar Tage weg gewesen. Ganz entspannt, ein bisschen Ferien gemacht. Ich werde noch ein bisschen mehr kommen. Und ich merke, alle anderen Menschen sind auch ein bisschen ... Wenn sie auch nicht in den Ferien sind, sind sie ein bisschen mental in den Ferien, sage ich mal. Merkst du richtig, wie alle so ganz entspannt der Sommer. Man weiss nicht genau, was passieren wird. Und darum ist zum Beispiel auch von euch keine Mail gekommen. So, dann wird die Solo-Podcast-Geschichte wahrscheinlich nicht allzu ausgiebig ausfallen. Weil, baut ja ein bisschen auf denen auf. Also, Podcast at joelvonmutztenbecher.ch Dort ist das mal nichts rein gekommen. Darum wird es eben auch eine kurze Folge, sage ich jetzt mal. Wirklich nicht viel gemacht. Aber, was sie festgestellt hat, der Mensch ist ein sehr einfaches Tier. Weil ... Säugetier. Weil ... Ich glaube, letzte Folge, Solo-Podcast, habe ich mich darüber ausgelobt, wie viel Sport, Übersättigung, der Sommer. Ah, viel zu viel Sport überall. Olympia noch, nach der EM und so weiter und so fort. Und dann ist Sonntag und ich telefoniere mit einem Kollegen, der sagt, Du, jetzt fahre ich gerade ins ... Also, Stadion. GC, FCB. Und ich so, hä? Ist es vorbereitet zu spielen? Nein, nein, Saisonstart. Erste Match von der Super League. Und ich denke so, nicht immer anders. Eben, Euro ist gerade fertig gewesen. Die haben wahrscheinlich ... Die einen haben, glaube ich, gar noch nicht wirklich mit trainieren können, weil sie noch an der Euro gesehen sind, während die anderen sich schon vorbereitet haben. Aber, ich, der mich darüber aufkriegt hat, finde es so voll geil. Miete ich doch für 8 Franken. Und dann habe ich diesen Match geschaut. So ein einfaches Gemüt. Ist der Mensch, oder zumindest ich, ja? Über sich etwas aufregen und eine Woche später hat man es komplett vergessen. Ich habe es dann gefunden, ich mache es noch ein bisschen spannender für mich. Und das habe ich schon sehr lange nicht mehr gemacht. Dann habe ich gefunden, weisst du was? FCB, ja. Meine grosse Liebe. Da setzen wir doch jetzt wieder mal. Einfach eine kleine Wette. Einfach eine kleine Wette. Da Swiss-Los Sport-Tipp, wie es auch immer heisst. Dann habe ich einen Account. Dann habe ich gefunden, ja, mache ich doch jetzt den. Dann habe ich gefunden, klar, ich setze einfach auf Sieg. FCB, oder? Und so viele Franken, wie ich auch immer heisst. Nicht viele, nicht viele, ja. Sagen wir 10. Also, sagen wir 10 Franken. Und ich habe aber kein Geld auf meinem Konto gehabt. Auf einem Swiss-Los Euro-Millions Sport-Tipp, whatever the fuck, Konto. So. Und dann habe ich mich auf das Konto überweisen. Habe ich machen können mit, ich weiss nicht, Twin, Kreditkarte, irgendeines von denen. Ich sage, also 10 Sturz da drauf, Tibi-Tobi. Schaut, der ganze Match ist jetzt nicht das spannendste Spiel aller Zeiten gewesen. Man merkt auch einen kleinen Qualitätsunterschied nach so einem Euro. Und, äh, ein Super-League-Match zwischen einem zweiten und einem Aufsteiger. Auf jeden Fall schaue ich den Match so. Der FCB gewinnt am Schluss, was ist es gewesen? 2-0, glaube ich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, geil, schicke ich meinem Kollegen, der ja sogar ins Stadion ist. Er ist einer von den 5 Leuten dort gewesen. Ich denke, komm, schicke ich noch ein Foto von meinem Wettschein, oder? Wenn ich schon gewonnen habe. Und am Schluss hat sich herausgestellt, dass ich gar nicht gewettet habe. Nämlich der Schritt nach dem, ich würde gerne so viele Franken, also 10, setzen, zu, du musst jetzt, äh, Geld auf die Konten ziehen. Der Schritt nach wäre gewesen, ich hätte nochmal drücken, ich will setzen. Und dann hätte ich das auch durchführen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Hätte mich doppelt aufgekriegt. Weil, jetzt, äh, habe ich ein, also, ich habe es wie doppelt verloren. Weil einerseits, habe ich nicht die Wette gewonnen. Eine von den wenigen Wetten, die ich mal gemacht habe, wo ich gefunden habe, komm, das wäre jetzt lustig gewesen. Und, jetzt habe ich Geld auf dem Konto, wo noch nicht gesetzt worden ist. Jetzt muss ich das für etwas anderes setzen. Und ich weiss jetzt schon, ich werde so sicher verlieren. Egal was ich setze, ich kann auf irgendetwas setzen, wo die Quote 1 zu 01 ist. Oder was ist es? 1,01. Ja, also wenn man einen Franken setzt, würde man einen Rappen gewinnen. Also die sicherste Wette, die du kannst haben. Wahrscheinlich verliere ich die. Hundertprozentig. Nicht wahrscheinlich. Hundertprozentig. Aber, ähm, absolut selber schuld. Ich weiss, absolut selber schuld. Das ist der alte, der alte Spieler in mir. Ja. Wo gefunden hat, er tut doch wieder mal einen Zähner. Einen Zähner auf der FCB setzen. Und nicht wirklich belohnt worden ist dafür. Jetzt ist die Frage, mache ich es zu selten? Oder mache ich es doch noch einmal zu oft? Weil so etwas passiert ja eigentlich nur, wenn man es blöd macht. Wie auch immer. Ähm. So Geschichten könnt ihr mir gerne schicken. Was ist euch schon so passiert? Ich bin auch gerne im Casino. Dort, dort aber mehr so Roulette und so. Und ich muss dazu immer sagen. Das sehe ich ja. Das habe ich jetzt auch wieder gesehen. Wenn man sich da will, eben so Geld überweisen und so. Da kann man automatisch die Sperren machen. Bitte sperret mein Konto nach so vielen Franken. Nach so vielen Tagen brauchen. Und so weiter und so fort. Es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits muss man ja sagen. Die wollen ja das. Aber andererseits müssen sie auch aufgrund von irgendwelchen Auflagen ein bisschen Prävention betreiben. Das ist wie wenn du auf einem schwer alkoholischen Getränk schreibst. Drink responsibly. Und wenn es jetzt nicht gerade ein mega knirschen Whisky ist. Sondern eher so ein einfacherer. Wo man gerne noch mit einem süßen Getränk mischt. Ich weiss jetzt nicht wie viel responsibly dort dann ist. Entweder man kann es handeln oder man lässt es gerade ganz. Ja. Ich habe mich ein bisschen aufgekriegt. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm. Auf jeden Fall. Das ist das eine, was ich gemacht habe. Wenn ihr so Geschichten habt. Podcast hat Joel von Murtzenbecher.ch. Kennen Sie anscheinend nicht. Und wenn ihr sonst Fragen habt. Irgendwie ein Austausch mit mir. Das klingt so komisch. Dann könnt ihr auch schreiben. Weil, was ich auch noch gemacht habe. In diesen paar Freitagen. Wieder bei Netflix geschaut. Und zwar wieder das gleiche Zeug, das ich schon ein paar Mal geschaut habe. Nämlich. Gerade hintereinander. Zwei von meinen Lieblings-Standup-Specials. Von der neueren Zeit, muss ich dazu sagen. Es gibt ganz tolle ältere Sachen. Aber ich sage jetzt nicht so im Umfeld von den letzten 10-15 Jahren. So ja. So ab 2000er. Ich habe zuerst geschaut. Bill Burr. Ein schwarz-weisses Special in Atlanta. Das heisst. I'm sorry you feel that way, meinte ich. Ich finde es brillant. Wo ich wirklich jedes Mal noch mega in so eine Geigele-Rusthe komme. Wirklich. Was einfach nicht mehr aufhört. Und gerade danach John Mulaney. Der Comeback-Kid. Und zwar ist das für mich so eigentlich die beiden besten Sachen vom jeweiligen Spektrum. Jeweils das Beste vom jeweiligen Spektrum. Irgendwie so. Und zwar einerseits Bill Burr. Der hat nicht wirklich klar definierte Witze. Irgendwie zuerst sage ich das und dann passiert das. Und dann. Der schwatzt sich so in so einer richtigen Schwall. Und genauso überdreht sich das dann auf mich als Zuschauer. Weil es ist nicht immer Punkt auf Punkt. Und du merkst auch es ist so. Ich vergleiche sowieso Stand-up immer gerne mit Jazz. Und in diesem Punkt habe ich wirklich das Gefühl es ist Jazz. Er hat so ein paar Fixpunkte wo er weiss. Ich will sicher mal das Satz sagen. Und ich will sicher mal dort herkommen. Und ich will sicher das zum Schluss bringen. Aber gewisse Sachen dazwischen sind. Wiederholt er einzelne Wörter oder Sätze wiederholt er drei, vier Mal. Und mehr um seine Gedanken irgendwie zu sammeln. Als um das irgendwie als stilistisches Mittel zu brauchen. Aber das Schöne ist eben durch das. Dass es wirklich einen als Zuschauer so mitnimmt. Und immer wieder mehr reinrisst. Ist auch zum Teil etwas schwerere Kosten. Darf man ja nicht allzu ernst nehmen natürlich. Aber ich finde es wirklich. Einer meiner Lieblings-Comedians seit ewig. Und das Special ist einfach absolut brillant. Und macht super, super Freude. Das habe ich geschaut. Und das andere ist dann wirklich John Mulane. Ah, was ich noch dazu muss sagen. Für die, die sich wirklich von Comedy interessieren. So ein paar Details. Wie unglaublich, obwohl er eigentlich ja nur schwätzt. Was es gern heisst vom Stand-up. Unglaublich physisch der Bill Burr in diesem Special ist. Und wie er immer wieder. Drei Bits würde ich sagen. Wo er wirklich so filmische Szenen aufbaut. Dort ist er dann sehr auf den Punkt. Dort geht es dann eben nicht darum, dass er einfach irgendwie labert. Sondern dort ist dann die Szenerie, wo er setzt. Wo er kreiert. Und wie er mit dem Mikrofon schafft. Das ist jetzt wirklich sehr technisch. Aber es ist mir wichtig, dass ich das sage. Weil so wie ich mitgekriegt habe. Ein paar Menschen, die den Podcast hören. Haben in irgendeiner Art und Weise auch. Vielleicht nicht gerade Interesse. Aber zumindest Affinität zur Comedy. Ja. Und das sind schwierige Sachen. Und darum erzähle ich das auch gern. Also wirklich. Sein Microphone Work. Wie es so schön heisst. Ist unglaublich. Achtet euch mal auf das. Falls ihr das Special wollt schauen. Eben, es ist auf Netflix. Wie er. Wie er. Wie er. Die Distanz zum Mikrofon. Äh. Mit der Distanz zum Mikrofon auch schafft. Ja. Er spricht nicht immer von der gleichen Länge. Die gleiche Distanz ins Mikrofon. Sondern mal von viel weiter weg. Und. Und auch das. Dreht dann zu dem filmischen Zeugs bei. Er macht sogar so ein bisschen Soundeffekte. Ohne das jetzt irgendwie. So. Nicht so die Beatboxer Soundeffekte. Sondern wirklich einfach. Es. Es macht alles Sinn. So. Und es ist. Es ist super geil zu schauen. Und das andere. Äh. Das andere Extrem vom Spektrum. Ist dann eben John Mulaney. Der Combat Kit. Ist mein persönlicher Lieblings Special. Kit Gorgeous. Ist ja toll. Aber. Vor allem das. Und das ist einfach so. Es ist so. Sauber. Von der Machart her. Viel weniger physisch. Wirklich nur. Nur ganz kleine Detail. Ein bisschen mit der Stimme modulieren. Aber hauptsächlich einfach. Witz. Bit. Witz. Bit. Übergang. Zum Teil braucht es nicht einmal einen Übergang. Thematisch. Alles mögliche. Ich nehme Filme auseinander. Über. Das sind meine Erlebnisse. Wenn ich mir ein Haus kaufe. Über Alltagsbeobachtungen. Wirklich einfach. Ein Paradebeispiel. Für. Wie Stand Up. Wahrscheinlich mal. Ursprünglich. Gedankt gewesen ist. So könnte man Stand Up machen. Und danach sind die anderen Versionen gekommen. Und dann hat es etwas wie ein Bill Burr. Nach denen. Vorher. Die zwei Specials habe ich hintereinander geschaut. Hat sehr sehr Spass gemacht. Habe ich beide schon x-mal gesehen. Und dann ist mir eingefallen. Dass. Die zwei. Auf meiner Liste. Von den fünf. Top. Specials. Aller Zeiten sind. Für mich. Ja. Da sind eben noch ältere dabei. Auch wenn es vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäss ist. Aber. Eddie Murphy. Delirious. Ist sicher drauf. Richard Pryor. Seine. Life at the Sunset Trip. Und. Dann ist eben schon die Frage. Müssen wir noch eine Chapelle drauf tun. Zu. Ich bin bei der Liste immer noch so ein bisschen am her und her schwanken. Habe. Aber mit dem. Mit dem Frank Richter. Mal. Über das geredet. Ich glaube er hat mich gefragt. Und er hat eine Liste gemacht. Und ich habe dann mal eine Liste gemacht. Sind ja immer ein bisschen Momentaufnahmen. Und. Und dann habe ich gedacht. Wenn es jetzt tatsächlich Menschen da gibt. Die sich für. Für eben Comedy. Interessieren. Oder zumindest. Zumindest auch schon mal ein Comedy Special geschaut haben. Würde es mich. Unglaublich. Wunder nehmen. Also. Ein bisschen. Ein Austausch haben. Eben. Was. Dir dann persönlich. Toll. Lustig. Findet. Und warum. Heisst nicht dass ich das dann. In der Art und Weise. Könnte adaptieren. Aber. Einfach. Das nimmt mich wirklich Wunder. Weil ich rede. Ich rede über nichts lieber. Als über Comedy. Hat man vielleicht auch schon festgestellt. Und. Ich finde. Es. Ich finde. Nicht geiler. Als. Auch von anderen Menschen. Ihre Ansichten über Comedy zu hören. Ich glaube. Das ist einfach. Ein guter Einstieg. Ich habe euch jetzt ein bisschen erklärt. Warum ich die zwei Specials. So unglaublich toll finde. Ähm. Verzählt ihr mir. Welche Comedy Shows. Die ihr schon geschaut habt. Deutsche. Englische. Amerikanische. Und. Ähm. Ähm. Was euch daran gefallen hat. Oder auch nicht. Ja. Auch. Falls ihr eines von mir schon gesehen habt. Drei Specials. Specials. Ich würde es nicht Special nennen. Ja. Aber drei Soloprogramme von mir. Sinn Online. Mein allererster. Das habe ich wirklich. Mehr als Zeitstempel. Ähm. Online. Bin wirklich stolz darauf. Aber logischerweise. Ist es nichts mehr. Was ich heute. So würde machen. Aber finde trotzdem. Wichtig zu sehen. Wie äh. Damals 25 Jährige. Seine. Gedanken. Die er deutlich auch noch vor 25 Jahren hatte. Irgendwie auf die Bühne gebracht. Ähm. Halb Idiot. Mein dritter. Und Feel Good Comedian. Mein vierter. Die sind online. Und äh. Mit dem fünften. Bin ich. Jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht. Es ist ja eben so Ferienzeit. Aber. Ab Herbst. Wieder. Sehr am Umenturen. Und äh. Würde mich natürlich freuen. Wenn ihr das auch mal live. Kommt schauen. Nämlich. Ganz viele verschiedene Orte. Alle auf meiner Webseite drauf. Der. Saisonplanung. Sozusagen. Ist eigentlich jetzt abgeschlossen. Für. Herbst. Winter. Frühling. 2021. Bis 2022. Und. Kommen noch einzelne Daten dazu. Wo wir eigentlich auch schon gefixt haben. Wo jetzt einfach noch online geschalten werden. Zum Beispiel. Auf. Luzern komme ich nochmal. Das ist noch nicht online. Ähm. Und sonst sind es die alten Bekannten. Äh. Von den. Größeren Städten. Die wir in der Schweiz haben. Die drei. Und. Die kleinere. Ortschaften. Wo ich auch sehr gerne spiele. Das ist auf meiner Webseite. Das ist Joel von Mutzernbecher.ch. Und. Mails. Auf Podcast. Das hat Joel von Mutzernbecher.ch. Nächste Folge. Am Freitag. Sehr tolle Folge. Sehr sehr lustig. Äh. Mit dem Sascha Warner. Und. Dann. Äh. Eine Solo Folge. Nächste Woche. Weil. Ich bin ja auch in der Ferien. Also es gibt es ein bisschen reduzierte Sachen. Und. Die Woche. Darauf geht es dann wieder nochmal weiter. So. Das war schon alles gesehen. Weiss nicht wie spannend es gesehen ist. Wenn ihr bis jetzt gelost habt. Gratulation. Bis dann. Peace. Bis dann. 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 Bis dann.